Für mich immer, du weißt es schon, hier Formelheftchen, oder? Formelheftchen heißt, wo finde ich irgendwas über Energie? Und wenn ich da reinblättere, dann muss man schon so ein bisschen suchen, damit man damit klarkommt. Und du siehst ja schon, ich blätter immer von hinten los, weil wahrscheinlich als Rechtshänder macht man das wohl automatisch so. Und wenn es also um Energie geht, dann kannst du doch sofort sagen, naja, verdammt, Energie ist Arbeit. Und dann kennst du in jedem Fall schon mal auch elektrische Arbeit. Und die letzten Fragen, die da in der Prüfung drin waren, waren dann ja auch schon immer so ein kleines bisschen. Wie teuer ist das, die Leistung an so einem Drehstrom, hier Zähler oder an so einem elektrischen Zähler und so weiter. Was kostet das denn eigentlich? Und dann siehst du schon hier, die elektrische Energie heißt hier W. Sind wir uns einig? Und ob du jetzt elektrische Arbeit oder Energie schreibst, da musst du dich so ein kleines bisschen wirklich frei machen. Das ist in beiden Fällen immer das Gleiche. Und die Berechnungsformeln stehen hier nach dem Motto, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich tatsächlich gegeben und gesucht habe, kannst du nichts machen. Ansonsten heißt es aufschreiben, gegeben, gesucht, Formeln suchen, einsetzen, fertig. So läuft der ganze Hase durch den Schnee. Perfekt. Weiter. Ich blätter weiter zurück, weil habe ich mir ja irgendwie so angewöhnt. Mit Sicherheit gibt es auch irgendwo hier Energiezustände, die wir aber sicher nicht besprechen wollen. Wir landen dann bei der Verbrennungswärme. Wärme ist auch nichts anderes als Wärmeenergie. Sind wir uns einig? Auch hier haben wir schon, glaube ich, die eine oder andere Aufgabe vielleicht gerechnet. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das steht jedenfalls mit auch dazu. Und ganz oft ist es doch so, dass dann irgendwie ein Behälter irgendwo erwärmt werden soll. Zum Beispiel, was weiß ich, 300 Liter Wasser sollen erwärmt werden. Wie viel Heizgas oder Öl oder Holz werden gebraucht, um das dann zu machen? Und da sieht man dann schon immer, die Energie kann nie verloren gehen. Sie kann sich immer nur in andere Energieformen umwandeln. Ja, das heißt also, die Verbrennungswärme würde dann irgendwann mal Wärmemenge im Wasser werden und so weiter. Aber ich glaube, das sind Dinge, die einigermaßen bekannt sind. Und darauf wollte ich jetzt auch noch nicht so sehr stark reflektieren. Wir achten bitte auf eins. In meinen Übungsaufgaben gibt es eben auch so etwas wie Mischungstemperaturaufgaben. Ich weiß nicht, da ging es irgendwie um die Frage, Wasser wird da irgendwie erwärmt und so weiter. Oder nein, Kugeln werden abgekühlt vom Härten. Wie viele Kugeln sind abkühlbar, wenn dann die Grenztemperatur des Wassers eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten darf? Das war so eine Prüfungsaufgabe mal gewesen. Und dann kann man natürlich mit der Mischungstemperatur loslegen. Stahl und Wasser sind natürlich gemeinsam und so weiter. Und dann lässt sich also tatsächlich daraus dann entsprechend das ableiten. Und wenn es nur Wasser ist, ist es einfach. Schwieriger ist es schon in der Tat, wenn es dann unterschiedliche Stoffe sind. Stahl und Wasser zum Beispiel gemeinsam. Dann muss man die unterschiedlichen Wärmekapazitäten da schon mitnehmen. Also ich glaube, als kleine Einleitung soll das reichen. Dass du irgendwo hier jetzt auch eine, hier fehlt es mir so ein kleines bisschen, an der hydraulischen Leistung. Ja, da weiß ich nicht, da kann ich noch nicht so richtig was mit anfangen. Aber mit Sicherheit weiß ich auch überall da, wo Leistung ist, ist es auch Arbeit und Energie am Start. Denn Leistung ist nichts anderes als Energie pro Zeit. Und überall wo P steht, kann es auch sagen, ist Energie oder Arbeit am Start. Also nur nochmal so, um das wirklich auf den Punkt zu bringen. Das musst du einfach mal so wirklich mitnehmen, wie es funktioniert. Und hier siehst du es im Prinzip bei dieser hydraulischen Presse, die ich dann da irgendwo auch mal als Vorschlag gemacht habe, auch sofort ein. Denn die Energie, die geleistet wird, ist ja immer nichts anderes als Kraft mal Weg. Ja, sind wir uns da einig? Die Arbeit ist Kraft mal Weg. Und das, was die Kraft hier jetzt als Weg macht, muss natürlich auf der anderen Seite genauso groß sein, wie die Kraft und der Weg. So, dass man dann im Prinzip tatsächlich hier die fertige Formel hat. Aber eigentlich heißt die Formel, und so ist die Ausgangsgleichung, und darum ist die Formelsammlung auch nicht immer gut, finde ich. F1 mal S1 ist die Energie, die auf der linken Seite geleistet wird. F2 mal S2 ist die Energie auf der rechten Seite. Und beide Energien müssen gleich sein, und dann entsteht natürlich diese Verhältnisgleichung. Aber die Urgleichung, die wir eben besprochen haben, ist hier vielleicht tatsächlich so nicht zu erkennen. Weiter, kommt zurück. Auch hier siehst du wieder Leistung. Teil das Ganze durch Zeit, dann bist du automatisch wieder bei meiner Energiemenge. Wirkungsgrad hatten wir schon mehrfach besprochen. Und jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen zurück. Ich will das nicht wiederholen, weil alles das, was ich gesagt habe, gilt natürlich auch für diese Formeln hier. Und wir landen, und da habe ich auch eine Prüfungsaufgabe herausgesucht, wo zum Beispiel die Federspannarbeit dann berechnet wird. Das heißt, wenn du die Feder zusammendrückst, ja, die Feder zusammendrückst, dann brauche ich, dann muss ich natürlich Arbeit leisten. Und diese Arbeit ist nichts anderes als Kraft mal Weg. Das Blöde ist nur, die Kraft steigt natürlich mit zunehmendem Federweg. Und dann leitet sich letztlich diese Formel daraus ab. Hier ist sie tatsächlich also einfach mal als Ergebnis hingeschrieben. Und für die Prüfung reicht es meistens auch aus, diese fertigen Formeln irgendwie dann ins Benehmen mit anderen Verhältnissen zu setzen. Und da ging es darum, eine Kugel oder eine Masse kommt angeflogen, trifft oben auf die Feder und würde dann natürlich infolge der kinetischen Energie der Kugel die Feder zusammendrücken. Und das wäre dann die Federspannenergie. Und daraus sollte man den Weg dann berechnen. Denn ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere die Aufgabe, aber das sind Dinge, die kann man eigentlich, wenn man die Formeln schon mal gesehen hat, ganz gut machen. Naja, und das hier Reibungsenergie, Reibungsarbeit und so weiter, das steht hier eben auch. Was in der Prüfung noch nie dran war im Übrigen, das war der Flaschenzug. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Ideen suchst und sagst, naja, was war in den Prüfungen dran? Das jedenfalls nicht. Und ich weiß nicht, wie stark ihr das bei euren Bildungsträgern übt, aber ich habe immer das Gefühl, macht nie einer richtig hier. Also wäre so eine Art Neuland, wenn du ganz ehrlich bist. Aber wenn du das Neuland siehst, schau dir die Formel mal bitte an. Ich würde sagen, versuch mal alleine klar zu kommen. Vielleicht mit irgendwelchen Beispielen, ich habe selbst kein einziges Übungsbeispiel zu diesem Thema gebastelt, weil eben nie dran. Aber warum sollte das nicht irgendwann mal kommen, oder? Am Ende gilt natürlich auch wieder der Energieerhaltungssatz. Die Kraft hier an dem Seil mit der Kraft, die du hier vorne ziehst, muss am Ende des Tages genauso groß sein wie der Hub mit der Gewichtskraft hier unten. Sind wir uns einig? Also nur mal, um die Energiezustände nochmal wieder zu benennen. Steht hier nicht drin, ist aber eigentlich arschklar, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich an dem Seil ziehe, lege ich einen Weg zurück und das ist natürlich Kraft mal Weg ist Energie, Arbeit. Einverstanden? Wenn ich die Masse anhebe, ist das Hubarbeit. Und beides muss natürlich gleich sein. Und naja, wenn man will, könnte man das natürlich dann im Prinzip auch nochmal irgendwie als Energieansatz irgendwo da einbauen. Man weiß nicht, was denen da in den Kopf kommt, weißt du? So und so weiter und so weiter. Ich glaube, das sollen wir hier jetzt genügen. Also um das einleitend hier so vorzubereiten, glaube ich, genügt uns das auch. Denn hier kommt ja jetzt außer diesem ganzen anderen Zauber nichts Vernünftiges dabei raus. Also meine Idee wäre jetzt tatsächlich, lass uns mit der Aufgabe sechs mal beginnen. Und ich hoffe, das wäre für euch auch in Ordnung. Passt das so?